Union Berlin und der SC Freiburg trennen sich 2 zu 1 und die Berliner retten sich in allerletzter Sekunde vor der Relegation und werden nächstes Jahr definitiv wieder in der Bundesliga spielen. Es war eine Saison zum Vergessen für die Berliner, die allerdings jetzt dann doch, ich sag mal, in Anführungszeichen gut geendet ist. Es gab Chancen auf beiden Seiten in der ersten Hälfte, allerdings blieb es beim 0 zu 0 Halbzeitstand. Die Berliner waren natürlich unter Druck, wussten, wenn sie nicht gewinnen, dann haben sie nicht mal eine Chance, wirklich an Bochum vorbeizuziehen, weil man hat zwar das bessere Torverhältnis, aber man muss gewinnen und hoffen, dass Bochum verliert. Und es ging in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen, hin und her, aber es waren die Berliner, die in der 68. Minute durch Hollerbach in Führung gingen mit 1 zu 0. Natürlich Ekstase pur und man hatte das Ganze irgendwie, ja, ich sag mal, im Griff, in Anführungszeichen. Musste allerdings eine bittere Pille schlucken, denn es war Dohan, der in der 85. Minute das 1 zu 1 brachte und somit wäre es wieder die Relegation für die Berliner gewesen. Es ging in die Nachspielzeit und es war Haberer, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit Berlin in Ekstase brachte und den Klassenerhalt sicherte. Emotion pur und ich muss auch ehrlich sagen, ich gönne denen das von Herzen, auch wenn es Christian Streis letztes Spiel war, muss ich sagen, Union Berlin ist so ein sympathischer Klub und den gönne ich das von Herzen. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben da lassen. Bis zum nächsten Video und ciao. Bis zum nächsten Video.